Der Maße mitnommen, ein Gast in Mittelnacht. Der Bekanter gönnen Zeitig Rebchaim belaschen er seicher Zeitige Wroche, verlegt seier Magbetan-Saison abbruche, nur ob es gewähne Stieb einer muss all Endvernommen sein. Amol, spät bei Nacht, wenn jeder schon tief geschlafen ist, ist der Bekanter im Gesetz gelehnt. Inzwischen hat er umgehabt eine starke Dorst, und er hat gewollt trinken, ein Glas Wasser. Wie es aber nicht gewähnt wäre, so können Endvernummer auf seinem Bruch zuliebte später schon in der Nacht hat er beschlossen zu warten. Der Dorst ist aber geworden stärker und stärker, aber der Bekanter hat uns verstückt, er hat weitergelehrt mit grösser Smude und ist angegangen zu machen am Bruchel, und an umeinander auf. Plötzlich hat sich gehört eine Klappe auf dem Tier. In Rebchaim hat dort gesehnsam ein Taumet dort stein. Der Taumet verzeilt. Ich kann nicht einschlafen, wie viel ich probiere anzuschlafen und es geht nicht. Der Fahrer habe ich mit Gesetz lernen, jetzt habe ich mich umgehankert in eine schwere Gemüse, und ich bin gekommen, zum Reben durchs Überzuschmissen. Rebchaim hat ausgenutzt die Gelegenheit zu machen, an Bruchel, an Schraken, in der Taumet hat er beide geämpft und fährt um ein. In dem nächsten in der Früh ist Rebchaim herübergegangen zu jenem Taumet und hat ihm gewollt bedanken vor dem Rebchaim zu einem Stieb die vorige Nacht. Der Taumet hat gekickt auf sein Reben mit einer starken Verwinderung und er lief sich um. Ich bin nichts gefein beim Reben die vorige Nacht. Hat er ausgestammelt zu mischt. Der guan und zade Rebchaim hat er verstanden und der Gast und gemischt an der Malach vom Himmel muss es gekippt und ausleisen den Rebchaim von seiner starken Dorscht. Im Himmel ist er sehr gut wie in seiner Gitte Minig wenn er sucht eine Bruchel nur über einen Entferdung ein. Er ist eine Malach geschickt worden in einer Russen. Von dem Menschen lernen wir aus, wenn er hier sucht eine Bruchel und es geht auf den Himmel. Willen die Malachen nicht öffnen den Teuren reinzulassen den Bruchel? Wenn es wird aber gesucht um einen en Bruchel gibt es eine Kugel für die Bruchel zu gewinnen über die Mekatriege. in der Schlitzach derach brechen in einer Wendig in der Himmelische Teuren. in einer Wendig in einer Wendig in einer Wendig in einer Wendig